Also, meine Lieben, da sind wir wieder zum vierten Kapitel vom Epheserbrief von Paulus in der Bibel im sogenannten Neuen Testament. Das werden wir hier gemeinsam lesen und ich werde euch den Text auch erklären. Legen wir los mit Vers 1. Paulus sagt, Ich ermahne nun euch, ich der Gefangene im Herrn, würdig zu wandeln der Berufung, deren ihr berufen wurdet. Mit jeder Demut und Sanftmut, mit Geduld, ertragt einander in Liebe. Ja, so wird hier Paulus gelesen, dass er hier nochmal eine Ermahnung ausspricht. Er ist gefangen durch den Glauben und spricht die Gemeinde an, dass sie sich so verhalten soll. Demütig, sanftmütig und geduldig. Jeder miteinander, die auch im Glauben sind, mit der Glaubensfamilie sich zu ertragen und einander zu lieben. Euch befleißigend zu bewahren, die Einheit des Geistes in dem Band des Friedens oder in der Fessel des Friedens. Ja, die soll umgeben sein in der Familie Gottes unter den Glaubensgeschwistern. Einheit und Frieden. Ein Leib und ein Geist, gemäß wie auch ihr berufen wurdet, in einer Hoffnung der eurer Berufung. Ja, ein Leib, also es gibt nur ein Körper, nicht fünf Körper, ein Körper, an dem man teilgeworden ist, als Körperteil am Leib von Christus. Und auch nur einem Geist herhaftig geworden seit dem Heiligen Geist. So, auf diese Hoffnung und in der Berufung soll man wandeln. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ja, ein Herr. Es gibt nur Jesus. Man kann nur Jesus als Herrn haben. Man kann nicht sagen, ich habe auch noch eine Hexe als Herrin und Jesus als Herrn. Das erlaubt Gott nicht. Nur ein Herr. Und der Herr ist Jesus Christus. Ja, ein Glaube, so auch hier, nicht ich glaube an Judentum, Islam und Christentum. Das geht nicht. Nur das, was in der Bibel steht, darf man als wahren Glauben annehmen. Eine Taufe. Ja, die Taufe auf den Namen von Jesus Christus. Ein Gott und Vater. Nicht zwei Väter. Nicht drei, sondern einer. Nur ein Gott, der der Allerhöchste ist. Das ist unser Vater. Der Vater von allen. Der über allen und durch aller und in euch allen ist. Einem aber jeglichen uns wurde gegeben die Gnadengabe gemäß dem Maß des Geschenkes des Christus. Darum, sagt er, hinaufgestiegen zur Höhe, gefangen genommen hat die Gefangenschaft und er gab Gaben den Menschen. Ja, durch Christus haben wir die Möglichkeit, Gaben zu empfangen, jeder Einzelne, wenn die Voraussetzung dafür erfüllt ist. Ja, und das halt nach einem gewissen Maß, das in Christus festgelegt ist. Da hat es Christus her, von oben, ja, und uns gegeben. Ja, die Gefangenschaft gefangen genommen. Ja, dass nichts mehr irgendwo im Gefängnis ist, sondern jetzt frei zugänglich für jeden. Dass aber er hinaufstieg, was ist es, wenn nicht das auch er herabstieg? Ja, also vorerst kann man auch sagen, Jesus war auf Erden gekommen und ist danach wieder aufgestiegen nach oben. Ja, der Rappsteigende selber ist auch der Hinaufsteigende, hoch über all die Himmel, dass er erfülle das alles. Und selbst er gibt zwar die als Apostel, die aber als Propheten, die aber als Evangelisten, die aber als Hirten und Lehrer. Ja, der sogenannte fünffältige Dienst, dass Gott die Menschen so eingesetzt hat, hauptsächlich in diesen Diensten zu arbeiten, im Leib Christus. Vers 12. Für die Ausbildung der Heiligen, ja, dass auch da jeder das bekommt, was er braucht, ja, den Aposteldienst, den Evangelistendienst, den Prophetischen Dienst, den Hirtendienst und den Lehrdienst. Muss alles vorhanden sein, normalerweise ist nicht überall vorhanden, an jedem Ort in dieser Welt, aber das ist ja ausbaufähig. Zum Dienst, zum Aufbau der Körperschaft des Christus. Ja, der Leib Christus soll weiter wachsen mit neuen Gliedern, ja, und da wird sich irgendwie einer immer wo finden, der einen Dienst übernimmt und der von jemanden angeleitet wird, der im Dienst schon steht. Bis auf, dass wir gelangen mögen, jene alle zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes, des Gottes zum vollendeten Mann, zum Maß des Ausgewachsenseins, der Fülle des Christus. Ja, wenn das nicht da ist, dieser fünffältige Dienst, dann wird es schwer werden, in der Einheit des Glaubens zu kommen. Da macht jeder Glaub wieder das, was er will, in jeder Tat, was recht war in seinen Augen, ja, und die Erkenntnis, da fehlt die wahre Erkenntnis. Was alle an Jesus glauben, den Sohn Gottes, okay, im Christentum, aber darüber hinaus gibt es dann doch sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Ja, wir sollen aber zu einem vollendeten Mann werden, ja, zu dem Maß, wo man ausgewachsen ist und nicht mehr ein Glaubenskind ist, wo man angefangen hat, das alles zu lernen. Ja, aufzufülle des Christus, das sollte unser Ziel sein. Vers 4, dass nicht länger wir sein mögen, unmündige Jugendliche hin und her geworfen und umhergetrieben werden von jedem Wind der trügerig falschen Belehrung. Also das steht hier in Klammern, das steht jetzt nicht im Urtext mit trügerig oder falsch, aber es ist der Kontext dahinter. Der eine wird so sagen und so sehen, aber der hat gesagt, wir sollen das so machen, der hat gesagt, wir sollen das so machen, wir können das alles a. mit der Schrift vergleichen, aber durch gewisse Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer haben wir die Chance, besser ausgebildet zu werden, zu dem, was die Schrift nun wirklich sagt. Ja, zur Fülle Christus zu kommen und nicht, ja, überall mal da am Anfang im Glauben, ja, was ist jetzt richtig, der eine sagt so, der andere sagt so. Natürlich braucht es Zeit, die man sich nimmt, um sich da mehr mit auseinanderzusetzen, um zu prüfen, wo wird jetzt das richtig gelehrt, was die Bibel wohl sagt. Ja, in dem Würfelspiel der Menschen, so wie die Menschen so spielen, kommt zu uns, bei unserer Gruppe bist du richtig, kommt zu uns Brüdergemeinde, nein zu uns Pfingsten, nein zu den Mennoniten, nein zu den Zeugen Hovers, nein zu den Adventisten, nein zu den Katholiken. Ja, damit spielen Menschen rum und der Betroffene selbst muss sich die Mühe machen, das alles genau zu überprüfen. Mit Arglist zu dem Mitlaufen in des Irrtums. Ja, folgt mal einer falschen Gruppierung, Christentum geht mal mit denen auch in die Irre. Wahrhaftig seint aber in Liebe, lasst uns wachsen zu ihnen, jene alle welcher ist das Haupt der Christus. Ja, der Haupt vom Leib ist Christus selbst. Ja, daher sollen wir uns danach ausstrecken, Christus ähnlicher zu werden, heranzuwachsen im Glauben, so zu sein, wie er ist. Aus dessen der ganze Körper zusammen verbunden und zusammengebracht werde, durch jedes Gelenk, der Darreichung gemäß der Wirksamkeit im Maß eines jeglichen Teiles, das Wachsen des Körpers vollbringt zum Aufbau seiner selbst in Liebe. Ja, so soll es sein. Sind die ganzen Glieder an dem Leib dran an einem Ort, dann können sie miteinander agieren, ja, so dass der ganze Körper genutzt wird mit seinen Stärken, die er denn hat, wenn er erstmal komplett ausgebildet ist mit allen Gliedern. Ja, so wird jeder das Maß eines Teils zubekommen, ja, und eine Aufgabe haben an diesem Körper, für Gott zu dienen in der Gemeinde. Ja, bis er ganz aufgebaut ist, natürlich in Liebe. Vers 17 Dieses nun sage ich und bezeuge ich im Herrn, daß nicht länger ihr, wandelt gemäß wie auch die übrigen Nationen Völker, wandeln in Eitelkeit des ihres Sinnes, verfinstert in dem Denksinn, sind entfremdet des Lebens des Gottes, durch die Unkenntnis, die ist in ihnen durch die Verstockung des ihres Herzens. Ja, welche sich selbst abgestumpft haben, sie übergeben sich der Ausschweifung zur Beschäftigung jeder Unreinheit in Habgier. Ja, der Mensch macht, was er will, geht seinen eigenen Willen nach, ja, möchte sich nicht mit der Wahrheit beschäftigen und bleibt in Unkenntnis. Oder hat's erkannt, will's aber nicht. Ja, die Verstockung des eigenen Herzens, so wird es betitelt, die denn da ist, wenn man sein Herz nicht öffnet, für die Wahrheit. Total abgestumpft ist man dann schon und gibt sich der ganzen Ausschweifung des Lebens hin. Trinken, saufen, Partys, was auch immer, ja, und haben, haben, haben. Ihr aber keinesfalls so habt kennengelernt den Christus. Wenn gewiss ihn ihr hört und in ihm ihr gelehrt wurdet, gemäß wie es ist die Wahrheit in dem Jesus abgelegt habend bei euch gemäß das zuvorige Verhalten den alten Menschen, den, der sich verderbte, gemäß den Begierden der Verführung oder Täuschung. Ja, das alte Leben, wo man auch das, so wie die anderen Menschen, ach, ausschweifen, wir machen, was wir wollen, wir wollen Spaß, haben glücklich sein, Partys, lass uns in Ruhe mit Gott und Sinn des Lebens und wir wollen machen, was wir wollen. Wir sind noch jung, lasst uns essen und trinkt, denn morgen sind wir tot. Gut, das war mal die Einstellung von vielen Menschen, die gottlos auf der Welt gelebt haben, wenn man die Bibel gelesen hat und zum Glauben gekommen ist, dann verhält man sich natürlich anders, sollte sich anders verhalten. Ja, man soll es abgelegt haben, das frühere Leben, wo man an der Welt war. Den alten Menschen fällt auch einigen Christen schwer. Vers 23, verjüngt werdet aber dem Geist nach des eures Denksinnens. Ja, wieder jung sein, sagen, okay, ich muss mich jetzt im Geiste mal öffnen, was denke ich falsch, wo muss ich jetzt schauen, dass ich Gottes Willen erkenne und daran glaube, dass er weiß es ja eh besser und ich mein Inneres so einstelle, dass es nach Gott ausgerichtet ist und nicht mehr nach sich selbst. Und anzieht den neuen Menschen, den gemäß Gottes erschaffen werde in Gerechtigkeit und Heiligkeit oder Huld der Wahrheit. Also, passe ich mich an im Körper, wie es der Bibel entspricht? Das sollte sein. Mit des seines Nächsten, Moment, waren wir da schon? Nee, Wahrheit steht hier auch deswegen. Heiligkeit der Wahrheit, darum legt ab die Falschheit, redet jeglicher Wahrheit mit des seines Nächsten, da wir sind untereinander Glieder. Ja, sollen schon unter Christen die Wahrheit sagen, ja, und nicht uns da gegenseitig belügen. Werdet ihr zornig gemacht? Auch nicht versündigt euch, die Sonne soll nicht untergehen über den euren Erzürnen. Also versucht die Sache noch zu lösen, bevor die Sonne untergeht und wenn ihr immer noch zornig seid, dann wird es problematisch, da kriegt der Satan schon wieder Macht. Dazu nicht, gebt Raum dem Teufel. Ja, hier wird es wieder angegeben, ne? Wenn man irgendwas macht, was nicht erlaubt ist, dann nutzt der Teufel für sich das aus. Dann kommt der Satan, seine Dämonen, mach einem das Leben schwer, durch was auch immer. Der Stehlende, also der jetzt Christ geworden ist, nicht länger stehle er. Vielmehr aber er gebe sich Mühe zu arbeiten, das Gute mit den Händen, das er haben möge, etwas zum Teilen, dem der Bedarf dafür hat. Also die ganzen moralischen Aspekte von Diebstahl und desgleichen sollen natürlich auch nicht mehr sein. Ja, und wenn man Geld braucht, dann soll man arbeiten gehen und nicht stehlen gehen, bis man genug Geld hat. Das zieht sich natürlich für einen Christen genauso wenig. Ja, und dann kann er sogar noch gute Werke machen. Geht er arbeiten, hat er Überfluss, kann er auch das, was er noch übrig hat, auch die Armen mit unterstützen, die nicht arbeiten können. Jedes faule Wort aus des eures Mundes nicht ausgehe, sondern wenn irgendein gutes Wort zum Aufbauen des Bedarfs ist, das ergeben möge, Gnade den Hörenden und nicht betrübt den Geist, den Heiligen des Gottes, in welchen ihr versiegelt wurdet, für den Tag der Freilösung. Ja, auch hier, wie gesagt, wichtig, dass man sich als Christ an die Regeln hält, untereinander die Dinge so zu pflegen, wie es sich gehört, wie wir es auch in der Bibel vorfinden. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Ja, deswegen nur Gutes tun, Gutes sagen, ja, das zum Aufbau dient eines Menschen und nicht zum Untergang. Ja, sodass man merkt, okay, das war eine Gnade, Gott vergibt mir, was auch immer, ja, wo da die Gespräche sind, die sagen, du kommst jetzt in die Hölle, du kannst nichts mehr machen, so spät, ja, das wäre dann einmal eine Botschaft zum Untergang und eine Botschaft, die Gnade von Gott ist immer noch wirksam. Ja, und daran erinnern, dass man im Heiligen Geist versiegelt wurde, dass man sicher sein kann, sollte man sterben um des Glaubens willen oder sterben an Altersschwäche, bis hin zu sterben an einer Krankheit, das Leben ist da nicht vorbei, sondern es geht in die nächste Etappe Richtung ewiges Leben. Vers 11. Jede Bitterkeit, sowohl Grimm als auch Zorn und Geschrei und Lästerungen sei weggenommen von euch, zusammen mit jeder Übelheit. Werdet aber zueinander gütig, im Innersten wohlwollend, begnädigt euch selbst untereinander, gemäß wie auch der Gott in Christus euch Gnade erwies oder erweist. Ja, so soll es sein im Christentum untereinander, ja, dass man da ordentlich umgeht nach dem, was die Bibel lehrt. Ja, und da soll man mit Gnade nur um sich werfen. Ist ja auch so, Gott vergibt alle Sünden, so wie auch Gott, wie es hier heißt, in Christus, ja, uns ja auch diese Gnade erweist. Dass, wenn wir was falsch machen, dass Gott sagt, wenn ihr es bekennt von Herzen, dann werde ich auch da meine Gnade ausgießen. Ja, das war das Kapitel 4 vom Epheserbrief. Wir haben noch zwei vor uns, die werden wir so Gott will zukünftig weiter auch hier besprechen. Ja, verpasst nichts. Abonniert den Kanal, da könnt ihr das dann auch sehen. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Video, zu diesem Thema, benutzt den Kommentarbereich, gegebenenfalls auch Skype oder halt WhatsApp, Telegram, die Nummer, vielleicht ist hier noch zu sehen, ich bin mir unsicher. Sonst findet ihr sie im Kommentarbereich. Ja, also, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es da ruhig rein. Wenn ihr diese Dienstarbeit hier mit unterstützen wollt, könnt ihr es gerne machen. Meine Daten dazu stehen alle unter dem Video. Einfach anklicken oder auf meiner Hauptseite findet man Verlinkungen zu PayPal oder Bankkonto. Ja, könnt ihr euch gerne überlegen. Und wir hoffen, dass wir die Serie noch weitermachen können und wünschen erstmal allen Gottes Segen und Shalom. Und wir hören uns bestimmt bald wieder. Warten wir es mal ab.